Einfach nur krass. Okay, ganz ruhig. Ich brauche erstmal hier ein paar Töpfe. Damit ich hier noch ein paar Shooter einpflanzen kann. Und die da sind gerade ein bisschen... Stark auf dem Vormarsch, zeige ich mal. Wenn ihr meine Töpfe in mein Rohr lasst. Das machen sie aber nicht. Ich habe echt gehabt, jetzt habe ich da was platziert. Ich komme es ja da so leicht nicht mehr durch. So, dann freist ihr erstmal in dem Topf da rum. Und... Ich brauche auf jeden Fall nochmal so einen hier. Und da kommt auch schon die zweite Wave dann. Und da platziere ich einfach mal hier ein paar Töpfe. Wäre nett, wenn ihr jetzt endlich mal in Ruhe lasst. Dankeschön. Bitte lasst den Typen nicht auf derselben Wave wie gerade eben kommen. Bitte lasst ihn nicht auf derselben Wave wie gerade eben kommen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay. Na, er kommt da. Oh mein Gott. So, da geht jetzt das drauf vielleicht. Da ist unser Zilling gar nicht. Krass, 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 krass. Ich kann nicht mal was gegen die tun, weil hier die drüben gleich welche gesetzt wurden. So, da hast du mal schnell eine Pflanze. Und die drei haben hier auch ein bisschen Probleme, sehe ich gerade. Oh, dann mal noch schnell hin. Und das gegen mit denen hier wird eh nichts, weil da kann ich nichts dagegen tun. Was ich auch will, der wird nichts, äh, da wird nicht clever sein. Ne, den krieg ich nicht dauernd. Keine Ahnung, wie man den dauernd kriegen soll. Da brauchen wir wahrscheinlich wirklich eine Cherry Bomb und ich glaube nicht mal das hilft bei dem. Das hilft jetzt auch nichts. Das hab ich einfach mal so gemacht. Da läuft er noch drüber, okay. Ja, da wird der Rasenmächtel aktiviert. Da bringt nichts mehr irgendwas. Auch nicht schlimm. Okay, puh, das... Was bist du denn? Kleiner Mann. Malone-Port, das heavy damage to groups of zombies. Okay, das ist also ein sehr heftiges Katapult. Der, der, der und der und noch die und noch ein Explosive. Oh mein Gott, aber das erfahren wir auch aus der nächsten Folge, was da passiert. Alter Schwede, Schopp. Oh, was ist denn das? Das hört sich natürlich ganz interessant an. Ich würde aber gerne das bei das dann wieder. Ne, ich möchte auch trotzdem das hier haben, den neunten Slot. Und werden wir mal schauen, wie wir das beim nächsten Mal machen. Ich mache jetzt auf jeden Fall erst mal wieder eine Aufnahmepause. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Lalalalalala. So, ihr Laufs-Poops. Seid ihr wieder da? Seid ihr wieder bereit für eine neue Runde, euer kleinen Laufs-Poops? Na dann, gießt wir erst mal unsere Pflanzen, ne? So, die möchte uns da ein bisschen Geld geben. Die, der will uns ein bisschen Geld geben. Und wer will als nächstes? Du oder du? Lies, komm. Die mit mich. Oh, die wollen gleich beide. Na los, komm, wer will noch? Jawel, hier oder hier? Ja, hier oder hier? Du willst zuerst. Na okay. Und du? Und jetzt, wer will hier? Na komm. Ja, wer will? Ja, wie will es? Wer will es? Wow, 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 wow. Krass. Uiuiui, krass. So, dann gehen wir mal in den Shop. Wir haben zwei Gratenspläne. Aber Spray von Zeit zu Zeit, okay, ist es schwer. Okay, ich kann auch später machen. Okay, hier haben wir noch... Ja, das... Ja, das... Äh... Goldmagnet, ich kriege Coins und Diamonds für dich. Okay. Der neunte Slot fehlt auch noch. Okay, wir gehen das mal zurück. Und gehen auch hier nochmal ins Mainmenu. Wir haben immer noch nicht freigeschaltet. Okay. Und wir sind zurück auf dem... Ach, stimmt. Da war ja was. Das wird wahrscheinlich eine richtig... Entschuldigung. Heftige Runde. Warum nehm ich eigentlich immer die mit? Die kommt doch jetzt eh drüber, oder? Dann nehm ich die mit. Und die... Ähm, dann nehm ich natürlich noch mit. Ich glaub, ich nehm nur noch... Wir haben jetzt auch die, gell? Dann nehm ich jetzt den und den mit. Dann nehm ich mit... Knoblauch. Dann muss ich natürlich das noch mitnehmen. Ich prob... Ob der gegen den da was hilft? Ich probier's mal. Let's rock. Okay, los geht's. In einer neuen Runde, los. Sonnenluge. Okay, alles schön. Und wir haben wieder die Hie... Die Pieke. Give me Sunflower, please. Oh, bitte, please. Yes. Give me the Sunflower. The Sunpower. So, okay. The zombies are coming. I'm coming to. What? Hab ich nicht gesagt. So, dann machen wir hier mal. Ich lass die Walnuss hin. Und da müssen wir da auch gleich noch ein kleiner Pult hinbauen, sehe ich gerade, weil sonst kann aber der uns die Walnuss tot. Lass die Walnuss! Butter jetzt! Butter in your face! So, butter jetzt! Yes, butter jetzt! Okay, der überlebt das nicht mehr bis zur Walnuss. Was? Nein, der überlebt das doch noch bis zur Walnuss. Das kann nicht sein! Nein. Okay. Okay. Ein erneuerter Garlic. Wird gesetzt. Schmeckt das eklig. Oh, da habe ich keine Verteidigung. Farbe Nord-Verteidigung. Tötet es! Bevor es Eier legt! Oh, es hat Eier gelegt. Okay, jetzt müsste ich eventuell... Warte mal. Lässt du meinen Topf vielleicht mal in Ruhe? Alter! Na also.